Grüezi miteinander. Am 18. Mai gibt es zum Witzigen eine Premiere. Und zwar brechen wir auf zum ersten Quartierspaziergang dieses Jahres. Wir haben im ganzen Feier vor und auf diesen Quartierspaziergängen wollen wir Geschichten hören, wir wollen Strukturen sehen, wir wollen Menschen erleben und wir können Unbekanntes entdecken. Es geht aber nicht nur darum, solche Quartierspaziergänge einfach zu konsumieren, es geht darum, dass Sie selber auch mitmachen und aus Ihrer eigenen Sicht Ideen entwickeln. Die Ideen sammeln wir dann und die kommen dann zu der Stadtplanung bei der Stadtverwaltung zu Witzigen. Das heisst, wenn Sie mitmachen, können Sie auch die Stadtplanung wenigstens mit beeinflussen. Darum möchte ich Sie herzlich einladen. Am Samstag am 18. Mai am Nachmittag um 2.00 Uhr treffen wir uns vor dem Mittablock, das ist an der Bahnhofstrasse 208 und wollen dort zu einem Spaziergang ins Unbekannte aufbrechen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.